Klopf 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 denn da was geht meine freunde herzlich willkommen zu was haben wir denn hier gemacht alter ja willkommen meine freunde zu der forest es kam ne zeitlang nicht 21.3. nee 12.3. letztes aufnahmedatum genau und zwar haben wir glaube ich hier auf gehört wir wollen noch die dinger hier die bänke bauen wie floren und ja ich würde sagen wir haben das veränderte spiel wie man sieht es gab tausende updates freunde und zwar im plan mit dem spiel grafik updates dg viele grafik updates ich habe keinen plan spiel also also du baust den baum so in der richtung ab in denen der fallen sollen also bitte nicht auf unser haus ich bin nicht blöd alter ich kenne mich mit physik aus nicht über scheiße ich weiß auch das war zwei belze mitnehmen kann feier du bist doch der einzige hier in scheiß baume auf unserer lager gefällt hat fette Schweine daran erinnerst du dich noch oder was? so, jetzt wo du sagst so was kann man damit machen kann man uns hinterlassen? ja was bringt das? ich hab immer an sich und wie komme ich ins Menü? äh kannst hier was beraten ich bin so, ich bin hier ok hier aber ich hab eine Mie, das heißt ich könnte wegsprengen dann muss ich noch was trinken nur wenn ein X ist hat man Hunger oder? aber es juckt eigentlich glaube ich nicht oder? ja auch du musst trinken man muss aber nicht gleich fressen oder nur wenn es kurz vorm ja, du kannst wissen, ja aber wenn du mal hast dann ich hab was gegessen doch mal gucken, was brauchen wir als nächstes jetzt sucht sich Fabio mal was aus und zwar äh der ist unser Architekt hier was soll, was willst du denn du haben hier zum Beispiel hier so, wir gucken jetzt mal was wir hier alles haben was fehlt uns denn hier wir haben ein Lagerfeuer wir haben hier auch ein riesen Lagerfeuer das haben wir noch nicht angezündet oh feil nein, 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 mach's erst abends an wenn's nachts ist, dann ist das auch schon hier da war witzig verarschen so, wir haben zwei Bänke, wir haben zwei Dinger hier und ein Bett, wieso haben wir nur ein Bett? ich würd sagen, wir bauen einen Medizinschrank ja, da kann man auch machen was gibt's noch? was man gebrauchen kann immer ja, guck erst mal, was wir noch gebrauchen können in der Snackbar ist das so gesehen Custom Walls Custom Stairs eine Wand aus ja, Stein ich kann's doch bestimmt selber auch gucken oder? wo kann ich's gucken? ja, bei B was B? B drücken, dann hast du da ja, und wo soll ich da hin? Construction und was davon? was juckt uns? Furniture und Decoration wahrscheinlich, oder? ja, guck dir mal alles durch so ich baue so langsam so lange hier unser ey, wie scroll ich da weiter? ne, du klickst einfach da drauf, also hey, gibt's da keine zweite Seite vorn, oder? glaub nicht warte, wo bist'n du? da warte, Herr Fabi guckt gleich mal mit, weil Fabi sammelt kurzes Holz auf mit abo mwabo bastet doch, es gibt da mehrere so, ähm Stickmarker Woot Target Sepp Collector wir brauchen wahrscheinlich sowas nicht ach ja, die Ureinwohner genau, die gibt's ja auch noch Kannibalen was ich hab' Hunger, okay wir hätten eigentlich auch eine Steinmauer bauen können, ne? ein Baumhaus ein Baumhaus Mh Wollen wir ein Baumhaus bauen? wenn du willst, dann such dir einen schönen Baum aus dann bauen wir drauf ein Baumhaus Äh, das wird sagen Es braucht aber ziemlich lang Näh, ne давайте ein, ne, wir nehmen denne wellij da löschen wir bauen unser vorrat hier irgendwo draußen oder können so eine vorratskammer war das irgendwo hier so ein vorrat einfach nur mit vorräten wo man alles lagern und so weiter ob man die ich zeigte mal was und zwar hallo die falle ist ausgelöst wie kann ich dir zu rettoren drückt doch natürlich mach's mal jetzt so genau wir machen jetzt irgendwo ein zweites lager so gesehen auf guck mal hier hier ist ein baumhaus das verbauen können ja feierbar kann war auch lager machen so gesehen nee da drin kann man kein lager machen da drinnen schilder halt einfach wenn unser lager mal kaputt gehen sollte das sowas okay dann brauchst du das und ich baue unser baumhaus ja und ich guck jetzt mal nee wir machen komplett so was wie unser lager hier nur aber dass wir noch einen genauso und lager machen das aber unser zweit lager ist so gesehen aber nur wo die vorräte sind verstehst du was ich mein wir bauen uns ein zweites lager wo alle vorräte reinkommen ok ok so aber wir gucken jetzt mal da muss man ja wieder solche mauern bauen kannst du uns so ein gerüst machen feuer so was wie unser lager genauso groß wo man bastelt macht das mal wieder feuer was denn du machst genau so ein lager mit diesen also mit diesen wänden da außen rum was soll ich soll das bauen ja genau aber irgendwo anders nicht in die hier gleich daneben sondern in der nähe oder so hier irgendwo irgendwo platz ist und ich guck mal was man noch so machen könnte ja aber ich wollte jetzt baumhaus bauen dann baue ich so lange das baumhaus und du machst das zweit lager so was brauche ich dafür du hast alle stöcke schon reingetan ja wird sagen wir machen es hier irgendwie im wald hier so das könnte schon länger dauern ne sowas zum zweit lager ja ich würde aber erstmal sagen ich erst erstmal hier was und dann ich helfe dir dann einfach mit mit dem baumhaus erst mal lassen dann bauen wir die hütte weil wir sollten uns auf einem projekt glaube ich konzentrieren warum machen wir erstmal was zu essen wenn ich wüsste wo ich den scheiß baum hingefällt habe alter hab schon mal drauf gucken gerade für medizin schrank einfach ein merkt er einfach wurden die fallen jetzt weiß ich auch was das geld für eine bedeutung hatte wird das geld auch verbrannt alter für das feuer richtig jetzt ja das heißt man braucht geld zum alter was du weißt wenn du geld für das braten so gesehen da ist das feuer als für was was dass das feuer an bleibt also fürs feuer an machen allgemein oder so gesehen schon also das ist auch brennt also was brennbares und hast du aber keine haben wo wir das genau irgendwo hin tun aber wir bauen es noch nicht sondern wir gucken nur wo wir das hinktun könnten was ja unser zweitlager hast du schon plan wohin darum sollte sich kümmern du sollst es nicht bauen sondern einfach nur gucken wo man es hin tun könnte sondern mache ich das baumhaus will mithelfen das erstmal alle warte ich habe ja noch was hier zu tun ich muss ja noch der medizinschrank fertig bauen der ist ja noch nicht ganz fertig weil der ist fertig kann man die medizin drauf stellen wo man muss wir suchen so zwei medizinschrank medizinschrank ich habe den schon zu ende gebaut gerade wie viel brauchte denn sechs holz ok guck du jetzt schon mal so lang wo man denn das zweitlager hin tun könnte am strand zu weit doch nicht so weit doch nicht wir müssen es ja immer wieder hat griffbereit haben der dinge hier gucken kann man mit mir ja wie gesagt es ist viel zu weit man wir müssen doch unsere vorräte immer griffbereit haben so also hier so gesehen ist schon in der nähe vom lager komplett wir müssen aber irgendwie immer ins wasser oder so kann auch noch müssen gucken das war ja das ist schlecht sorry wir müssen hier irgendwo in der nähe wirklich eins finden aber das erst mal was zu in der bauen bevor wir ja wo ist holz hinggeblieben es gibt nur vier baumstämme im meer das heißt war wie fällt dem nächsten was meinst du wie wird wohl die neue games kommen werden dieses jahr wir wissen ja nicht wann das erscheint vielleicht ist dann ja schon die games kommen vorbei in dem sommer nein 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 glück gehabt baumfeld weißt du noch immer rufen wenn du meistens einen stein aufhebst ist darunter eine spinne du magst doch spinn oder ja ja wieso magst du die das baumhaus ist voll chillig ne bestimmt da will man doch mal chillen oder die sind genau neben dem baumhaus kann man hier auch irgendwo unser lager tun oder nicht ja warte mal ich fälle ein hey hier ist doch perfekt eigentlich wir müssen hier nur ein paar bäume fällen und dann haben wir hier auch schon ein schönes lager ein schönes zweitlager hier und kann aber auch ein holzboden annehmen für das lager ja genau das ist alles verschönern wir noch das ist teil des spiels machen wir ja noch aber erst das muss ich von anfang an machen wir bauen das haus dann selber richtig selber mit boden was meinst du jetzt das zweitlager ist nicht unser haus das ist nur unser ja so gesehen ja genau das meinte ich unsere vorwärtskommor da noch zwei so kommt ihr drücken dann ja ja cool alter ist das cool und chillig hier ich hab mich gebackt hier kann man ja auch schlafen ich hab mich runtergebackt oh nein was ist das für ein viech hier machen wir unsere dinger kaputt warte kannst du mich mal noch mal einladen wieso wenn kurz ich bin gerade rausgeglitscht aus dem spiel so gesehen wie leide ich dich hier ein einfach hier trifft und tapp genau und jetzt kann ich wieder rein sein ey diese komischen viecher sind da man dann macht die kaputt wie denn ja klopp auf die ein was sind huren so man wirklich fahrzeug mit dem fertig komm her wo ist es denn das sind ja drei viecher oder so die schlampe ist da hoch ins baum haus farbi kümmert sich um die wie macht man den schlampe 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 das ist nur eine süße ihr weg alter ich kämpfe gerade wie macht man sich noch mal angst mit feuer ich habe ja so wir haben ja außenrum feuer warum geht es nicht habe ich nicht genug geld oder was nein was genug lange genug gedrückt halten und so trap wo wollte ich ja nicht wollte ins baum aus das übelst chillig man denkt der kommt hier hoch schubst sich in rund um das ist ein chilliges baumhaus oder ja warte mal farbi wenn man was gucken und genau jetzt muss man gucken wo bei unserer zweitlage ob man hier überhaupt was drauf bauen kann ich glaube nicht wenn doch dann können wir hier unser medizinschrank tun wenn es regnet kommt da wasser rein dann kannst du so trinken ich woche aber ein schildkrötenpanzer warte farbi holt sich ein vom strand ok ich gucke mal jetzt hier so drüber dann können wir ja besser gucken ich kann von hier besser sehen wo man unser zweitlage hin tun ja kannst ja mal gucken es sieht eigentlich alles gut aus für so ein zweitlage ist alles genug was sagst du dazu was ich danke mal jetzt regnet jetzt hätten wir ein schildkrötenpanzer würde der sich auffüllen doch mal ich gehe am strand ich gehe am strand ich gehe am strand ich gehe am strand stock stock brauchen wir auch noch dann tue ich hole ich den stock schon mal hier muss ich nur einen stock finden erst mal hier hast du schon schildkrötenpanzer ne ich muss erst mal eine schildkröte finden ach stimmt wir müssen jetzt auch noch und ich muss auch wir müssen unser lager auch noch zu weil die haben ja ein bisschen was kaputt gemacht die bastarde muss man das auch genau das machst du mit so einen komischen zeug wieder das kriegst du immer wenn du fällst ja wir brauchen stöcke stöcke suche ich jetzt ich gehe am strand hier sind keine schildkröten das heißt ich komme mal zurück und dann suchen wir dann irgendwann lang muss man mit unserer cola auskommen mit unserer soda unser coca cola okay ich habe genug stöcke so was ist jetzt hier kaputt was haben die bastarde kaputt gemacht aber nicht hier einfach ein booster haben so ein booster energie tun wofür denn das schmeckt doch eh glück naja ne wir haben hier energie drinks ja digi das ist mein ernst man hat hier energie drinks damit du energie hast das ist ein drink ey wofür brauchen wir jetzt die sticks ein stick brauchst du dafür das ding da wo wir das schlafen die haben uns der lagerfeuer kaputt gemacht oder was kann sein wie sind die denn hier reingekommen ja nicht abgeschlossen okay ich habe nichts zu essen glaube ich ne ich habe nichts zu essen man warte fabi schmeißt dir was auf den grill da muss ich ja jagen gehen nein warte fabi hat was da schmeißt dir das auf den grill mir ist kalt wir können jetzt was trinken es gibt hier genug wasser bei den schildkröten dingern hier ja wenn du es hast dann kriegst du mal was an hast du genug ich habe was gehört was wollt ihr denn war ich nein das warst nicht du das war ja mal noch schildkröten dinge habe ich doch gesagt trink ruhig ich habe mich auch schon warte ich habe schon getrunken ich habe ich habe heiße ach scheiße lol du hast es kaputt gemacht egal machen wir auf scheiße ich habe nur ein solches kaputt gemacht hier dgs du den gleich ich ich hole mir kurz was hä wie ist denn wieso ist das hä du hast denn drauf gehauen ich habe nicht mal was gedrückt also geht es doch nicht kaputt leute spiel packt der übelst grad da war ein reterin ja ich weiß das habe ich da reingeschaut scheiße ich renne mir hinterher ich brauche dein fleisch du bist süß aber ich brauche dein fleisch renn ruhig weg du angst da du arschloch regal mein letzter schokoriegel d d d d d d e d d d d eichhörnchen lol ich habe mich schon.. jawohl? Ich hab Hunger ja da ist was drauf auf dem grill nimmt's Ich habe schon gegessen oh monster halt meine tschüss auch ab keine rennen was soll ich tun ich brenne nichts kommen wir machen das kaputt die wichser weil die rein wollen aber lasst sie nicht guck mal ich hab das schon ein bisschen aufgefüllt unser medizinschrank ok es ist kalt baut doch ab wie viel hier haben wegen dem feuer und so müssen wir gucken kommen wir gehen schlafen die alt hier gedrückt an der wir können nicht schlafen die gehen ja ins ab alter dann dienen für probleme wir müssen sowas machen was geht da ab alter fabi geht kurz hier auf seinem baumhaus und macht sich mal ein überblick wo die sind was die machen fabi hat ne idee da ist ja der häuptling auch so ein häuptling pass mal auf was fabi macht der macht den jetzt richtig angst da brennen du huren sollen was verhandlung war der kräftige der kummer ich pack hier rum war guck mal ich bin der könig der welt was soll die hohen sind hier tun kommt mal hoch guck mal die haben schiss vor mir nein fabi macht auf komm rein ah geil aber es geht bei denen boah die reißen das ding ein scheiße was lachst du du Fotze man komm her feier hast du Stöcke ich hab den häuptling vor mir warte ich boxe den kaputt der häuptling ist tot ah du Fotze alter boah fuck fuck Diggi hilf mir komm raus schnell du kannst mir aufhelfen wie komm ich dann raus du musst bei mir bleiben und die tun du musst bei mir bleiben und die tun ja raus komm okay ich hab dich oder ne halt eh gedrückt du siehst mich doch Töten mich Töten mich hat dich lange dauert hä ich hab dich ich hab dich grad beloh- hä ich hab dich belebt heck warte warte ich hab dich belebt ich mein's ernst warte ich kann meine sachen wieder aufheben warte ist kein problem ich sterbe ich hier ja hau ab lol häuptling fuck nein hau ab als Amphari und kreit sich die Leute brauchst keine Angst ne hier ist der häuptling überall sind die fuck alter der häuptling ist hinter mir ich seh nix Junge das ist doch übelst abaktisch spielt ich hab dich belebt voll der scheiß man egal du hast zu lange braucht wahrscheinlich nein das war genau fertig ja oder die haben mich oft genug angegriffen ich kann das nur mal reparieren macht vor allem schon keine Angst sind die aggressiver geworden mit dem Update oder so weil die haben ja gar keinen Schiss mehr vom Feuer sind generell aggressiv warte fahr mal den Licht an ja aber nicht so so kennen wir die doch gar nicht so euer Häuptling stirbt gleich da holen sie ab sag der nächste bitte so der ist tot der nächste kommt her alter ah der Häuptling ey Häuptling hu hu zack da bist du tot 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 du kack Häuptling alter ich hab den Häuptling warte ich hab ihn der liegt gleich der liegt gleich der liegt Kopf ab hä der hat ja voll viele Sachen dabei oder soll ich dir helfen boi Junge alter ich mach hier alle fertig alter ich bin der Retter der Not huah kommt her stirb stirb du motherfucker alter oh da steht wieder auf hier komm her du kannst den Köpfen naja Bastard alter kann man die Lampe nehmen ich bin ja ich hab ja nicht mehr viel Leben wie heil ich mein Leben lass reingehen alter verpisst euch komm geh rein warte da ist noch einer scheiß auf den ab 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 ne der ist tot wir haben die besiegt unbesiegt komm rein warte ach scheiße wir müssen bald mehr Bäume fällen weil wir wollen ja das Ding hier nicht verlieren wieso gehst du von der anderen Seite rein Mann warte Fabi mach das Licht hier an ja genau das ist ja kaputt gegangen kannst du das wieder du hast doch Stöcke oder lass erstmal schlafen komm ja mach erstmal die Stöcke da rein schon mal hab ich schon die ich habe so komm jetzt schlafen na speichern dann HZZ gedrückt halt gut ein neuer Tag ein neues Glück so Leute was wir jetzt machen ich würde sagen oder ich bin bisschen behindert warum weil es wie viel wir gemacht haben dann müssen wir morgen aber weiter aufnehmen ja mach wir auch das war meine Freunde für den Part von The Forest meine Damen und Herren es ist halt schon ziemlich spät deswegen ja weil wir wollen auch ein Nickerchen machen und wenn wir wach sind mal gucken vielleicht gehen wir dann sogar weiter es ist 6 Uhr frühs meine Freunde mein Bruder steht gleich auf und ach kack auf also sein Bruder ihr kennt ihn nicht aber ich kenne ihn das ist so ein elendiger Bastard so gesehen okay ich will ja jetzt nicht so lästern aber ähm er riecht auf das schreit immer rum wenn wir CSGO zocken alter ne höre ich den mal aber der sei nicht korrekt man also lass den ja kann sein der kann halt rumschreiben Minecraft man ist doch scheißegal so äh so das war's auf jeden Fall ich will ihn jetzt auch nicht weiter stören ne weil 6 Uhr frühs und der muss frühs äh ausstehen weil er schulat und so ach so ich dachte ihr habt schon Ferien nur ich hab Ferien ha 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 er geht in Bayern auf eine Schule ich auf Thüringen deswegen ist andersrum so deswegen will ich den jetzt nicht groß auf die Stirn und das war's tschüss tschüss